Hallo liebe Motorfans und herzlich willkommen hier auf dem Sabbelsauros, eurem deutschen Masters of the Universe Kanal auf YouTube. Willkommen auch zu Teil 3 von unserem Club Grayskull Wave 4 Marathon. Heute geht es um Katrina. Ja, in der Kürze liegt die Bürze, deswegen Standard-Mailer. Standard-Pappschuber. Und hier haben wir das Kätzchen in ihrer Verpackung. Das ist sie also, Katrina, in ihrer Verpackung. Das erste Mal überhaupt als Figur, trotz ihres sehr, sehr kurzen Auftrittes im Cartoon. Ja, das ist eine sehr neutrale Pose, auch wenn die Arme hier so ein bisschen gespreizt sind, aber wirklich spektakulär ist das nicht. Hier hinten haben wir nicht nur wieder ein schönes Artwork, Katrina for Castle Grayskull, sondern natürlich auch ihre recht kurze und einfache Bio. Und so sieht Katrina dann aus, wenn man sie aus der Verpackung rausgeholt hat. Auch sie hat jede Menge Zubehör, was bei einem recht schlichten und nicht gerade so furchtbar beliebten Charakter, warum auch immer, ich kann es nicht verstehen, ich finde sie sehr, sehr cool, dann auch nötig ist, um dass es als Verkaufsargument dazu kommt. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns mal genauer an. Achso, bevor ich es vergesse, eine kleine Kuriosität ist mir bereits schon bei Stratos aufgefallen. Und zwar, dass man jetzt hier hinten zwar diesen Draht, den man hier auseinanderfrickeln muss, hat, der allerdings aus zwei Teilen besteht und vorne von diesem Gummi festgehalten wird. Hm, das ist neu. Und hier ist sie. First time ever build as a figure, Katrina. Und ich finde sie einfach super. Ich bin wirklich froh, dass sie als Figur gekommen ist, auch wenn sie sich bei den Fans nicht sonderlicher Beliebtheit erfreut. Ich finde sie cool. Ich finde sie genial. Ja, schauen wir sie uns mal etwas genauer an. Meine ist sozusagen fast makellos, bis auf diese kleine Unebenheit hier, nennen wir es mal einfach Gussnaht. Es ist natürlich keine, aber trotzdem sieht es ein bisschen so danach aus. Ja, dann fangen wir mal im Gesicht an. Dieses ist wirklich schön bemalt. Natürlich in seiner Schlichtheit hat es jetzt nicht den super Detailreichtum, was natürlich aufgrund der Vorlage klar ist, aber ich finde es wirklich sehr cool und passend. Ja, dann den Rest des Körpers. Einige Details haben wir natürlich, wie aus dem Cartoon bekannt, auch dabei. Hier einige Verzierungen ihres Anzugs. Hier oben natürlich der Kragen. Alles sehr schön gemacht. So, dann kommen wir mal zu den Gelenken. Beim Kopf könnte man meinen, dass der ein bisschen eingeschränkt ist. Ist ein bisschen, aufgrund dessen, dass sie hier diese Haarsträhnen hat und natürlich hinten die langen Haare. Aber diese sind entsprechend etwas flexibel modelliert, sodass man sie dann zum Beispiel so ausstellen kann. Das wäre doch zum Beispiel jetzt gerade per Zufall eine richtig coole Kampfpose. Ja, so kann man sie also wirklich gut positionieren. Dann hat sie die Standardgelenke. Was ein bisschen unschön ist, ist das hier. Schaut selbst. Die Unterarme. Da hat man ein riesen Loch. Und das sieht ein bisschen blöd aus, ehrlich gesagt. Man sieht es zwar nicht so direkt auf den ersten Blick, aber je nachdem, wie man die Figur aufstellt, ist es natürlich umso präsenter. Aber gut, das nur als kleiner Kritikpunkt. Ansonsten ist diese Figur so bewegungsmöglich oder reich, wie es irgendwie nur geht. Wir können sie nicht nur in der Schulter bewegen, wie wir wollen. Wir haben auch hier ein, nennen wir es mal, Armreifgelenk, wo wir sie den ganzen Arm halt eben mit bewegen können. Wir haben ein Ellbogengelenk und natürlich noch das Handgelenk. Und das sind doppelte Ausführungen, damit man die Hand entsprechend nach innen und außen bewegen kann, womit man noch coole Posen einnehmen kann. Dann hat sie zwar kein Bauchgelenk, aber sie hat ein Brustgelenk. Ja, genau. Und somit kann man sie noch viel geiler Posen. Ah, und hier fällt mir das nächste auf. Hier ist ein kleiner Punkt in Rot oder in der Farbe der Haut. Kann man das vielleicht wegmachen? Nein, kann man nicht, aber das spielt nicht wirklich eine Rolle, weil man es so einfach nicht sieht. Und was man nicht sieht, ist nicht existent. So einfach. Ja, dann geht es weiter mit den Beingelenken. Auch hier natürlich Standard. Sie kann sich super bewegen. Kein Problem. Wir haben ein Kniegelenk. Worauf wir verzichten müssen, ist, nennen wir mal das sozusagen Stiefelgelenk. Sprich also, man kann die Füße jetzt nicht zum Beispiel so oder so drehen. Das geht leider nicht. Dafür hat sie allerdings hier unten dann wieder diese Standard-Fußgelenke, allerdings auch neu modellierte Füße. Und das ist auch mal cool. Dagegen hat sie natürlich allerdings auch diesen Schweif. Nein, das andere Wort werde ich nicht sagen. So, und diesen Schweif kann man 360 Grad um die eigene Achse drehen. Ja, er ist zwar flexibel, aber man kann ihn jetzt nicht zum Beispiel irgendwie hoch und runter bewegen. Das geht nicht. Und leider ist er auch nicht unbedingt so modelliert, dass wenn sie gerade steht, dass er als Standhilfe irgendwie dienen kann. Man könnte natürlich jetzt zum Beispiel sie so aufstellen. Dann hätte man die Möglichkeit, ihn noch als Standhilfe mitzubenutzen. Was ich wahrscheinlich auch tun werde. So eine coole Kampfpose irgendwie so. Das lässt sich mit Sicherheit machen und sieht bestimmt ziemlich cool aus. Ja, das ist Catrina. Kommen wir zu den Waffen. Catrina hat gleich zwei Waffen mit dazu bekommen, beziehungsweise drei Zubehörteile, wovon zwei allerdings zusammengesteckt werden. Da haben wir zum einen hier diese Peitsche. Diese ist wirklich sehr flexibel und man kann sie dehnen, biegen, keine Ahnung, was auch immer ihr wollt damit machen. Und am Ende hat sie diese coole Tatze, die natürlich zu Catrina als Katze passt. Hier ist der Griff, dieser ist auch sehr flexibel, wenn auch ein bisschen aus einem etwas härteren Material, trotzdem aber sehr flexibel. Das steckt man hier ganz einfach in die Hand. Zack und schon passt es. Kein Problem. Dann haben wir noch hier diese Kralle. Na, dass man was vernünftiges sehen kann. So, jawohl. Diese Kralle hier, die steckt man hier ganz normal in die Hand. Und damit kann sie dann, keine Ahnung, pantor den Rücken kratzen oder im Garten arbeiten oder was auch immer. Oder damit von mir aus Mittagessen gehen. Also sieht ein bisschen seltsam aus, aber es sieht schon cool aus. Wenn man nämlich folgendes macht, nämlich diesen Feuereffekt hier drauf steckt. Und dann hat man ein Flammenschwert. Und das wiederum, das sieht nicht nur cool aus, es ist cool. Richtig genial. Und dieser ist auch wirklich schön modelliert, transparent und nicht nur in einer Farbe, sondern hier die Flammen wurden leicht anders farblich akzentuiert. Das ist super. Und das war nicht das Einzige. Wenn wir das jetzt mal hier wieder entfernen, hier die Kralle aus der Hand nehmen, hat sie hier einen Halfter und hier eine Vorrichtung, wo man die Kralle reinstecken kann. Und das ist doch mal cool. Okay, guys, it's Comparison Time. Oder auch nicht, denn sie hat keine andere Variante. Wie gesagt, first time ever. Und damit wären wir schon am Ende. Ja, liebe Sammlerkollegen, wie ihr seht, so langsam aber sicher füllt sich das Regal. Und wir wollen auf jeden Fall natürlich schnell vorankommen. Und deswegen machen wir jetzt auch direkt weiter mit der nächsten Club Grayskull-Figur. Und da sehen wir uns im nächsten Video. Und ihr bitte nicht vergessen, natürlich wie immer, Glocke aktivieren, abonnieren, kommentieren und irgendwas anderes war dann auch... Bis dann.